Yashtikasana, die Stockstellung, die Stabstellung. Lege dich auf den Rücken, strecke die Beine aus, halte die Fersen zusammen, strecke die Arme hinter den Kopf aus. Yashtikasana gibt es als Entspannungsstellung, wo du einfach entspannt so bleibst. Yashtikasana kann aber auch eine Zwischenstreckung sein, bevor du zum Beispiel aus der Rückenentspannungslage zur Vorwärtsbeuge gehst und dort vorher nochmal richtig schön dich streckst. Diese Stellung ist ähnlich wie Dandasana und Yashtikasana in einer ihrer vielen Variationen.